Viel spricht dafür, seine Kleidung an der frischen Luft trocknen zu lassen. Durch das Trocknen der Wäsche an der Luft lässt sich eine Menge Geld sparen. Brabantia gibt Ihnen aber noch einen weiteren Anreiz. Für jede verkaufte Wäschespinne pflanzt Brabantia gemeinsam mit We Forest einen Baum. Das Wäschetrocknen an der frischen Luft ist also nicht nur besser für Sie und Ihre Kleidung, sondern auch für die Natur.